Deshalb ist Ford für Red Bull besser als Porsche. Red Bull Porsche oder doch Porsche Red Bull, so sah es zumindest lange Zeit aus, bis man sich gestern offiziell für Ford entschied. Der Grund, Porsche verfolgte das klare Ziel, sich Anteile des Teams zu kaufen und somit mit im Formel 1 Business einzusteigen. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe eben. Absolutes Gift für ein unabhängiges Team wie Red Bull, die sich jedoch nur mit einem strategischen Partner wie Ford auf finanzielle Unterstützung und technisches Know-how ohne Anteilsübernahme freuen können. Und...